Hallo und Privet aus Kaliningrad. Ich stehe hier vor einer öffentlichen Toilette, die gerade erst eröffnet wurde im Februar 2020. Eine von ganz wenigen öffentlichen Toiletten in Kaliningrad. Wer das Bedürfnis hat, kann Toiletten nutzen in den großen Einkaufszentren, die alle natürlich mit Toiletten ausgestattet sind, in der Regel auch kostenlos. Und wo kein großes Einkaufszentrum in der Nähe ist, können Sie auch die Toiletten in den Cafés und Restaurants nutzen. Es hat niemand etwas dagegen und Sie müssen da auch nicht sitzen und gleich ein teures Mittagessen bestellen. Also falls Sie ein Bedürfnis haben, ist kein Problem, das zu befriedigen. Sie müssen nur ein Café oder Restaurant finden oder ein großes Einkaufszentrum. Diese Art öffentliche Toiletten werden in Kaliningrad eine Ausnahme darstellen. Das war mein Tipp für Sie. Tschüss und Parcals Kaliningrad. Musik 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 Musik